Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1350 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017